Drei verheiratete Männer und eine Junggeselle sitzen am Stammtisch und unterhalten sich und dann sagt der eine, verheiratete, du, was ist denn mit dir eigentlich, du musst es auch mal heiraten, du bist schon 35 Jahre alt, musst einmal eine Familie gründen. Ja, sagt er, eine Freundin habe ich schon. Ja, eine Freundin hast du schon, wie heißt denn die? Ja, der noch. Ja, wo ist denn die her? Ja, eine Schwabmünken. Ja, sag einmal, spinnst du? Die hat ja schon ganz Schwabmünken, hat die schon gehabt. Ja, sagt er, nein. Na, vier Wochen später treffen sie sich wieder, hat einen Ehering dran. Und, hast du jetzt geheiratet? Ja. Ja, wem hast du geheiratet? Ja, der noch. Ja, aber doch nicht der noch in Schwabmünken. Doch, wir haben die doch gewarnt. Die hat eine halbe Schwabmünken, hat die schon gehabt. Sag, du, ich war in Schwabmünken, so groß ist das gar nicht.